Was steht da? Ich kann's nicht lesen. Zum Start klick... Oh, es geht mit Controller. So, Ton an. Aber ich hab so Angst. Es ist echt leise, aber ich hab Angst, das laut zu machen, weil es schon echt laut ist eigentlich. Faustling an, perfekt. Untertitel mach ich auf jeden Fall an. Untertitel Hintergrund, auf jeden Fall an. Ich mach die Soundeffekte ein bisschen leiser. Die Musik ein bisschen leiser. Und die Stimmen müssen auf 100%. Perfekt. Auf geht's. Mal gucken. Ich weiß nicht, was passiert. Briefumschlag husten und Luna schicken. Ja, das hilft mir, glaub ich. Mehr Treppengeländer ablecken. Nee, das schmeckt nicht. Da ist ein Einhorn. Guck mal, neben dem Videokassetten-Spieler ist ein... Oh, das ist sogar ein Rekorder. Da ist ein Einhorn. Willkommen zurück, Waffelsturm durch. Ich hoffe, das Telefonat war angenehm. Was, horny? Wow. Ja. Ist nicht fett. Ist muskulös. Ist bildlich, was? Stadtlich gebaut. Bildlich. Wir spielen. Was, Culture-Schock? Die ehemalige Kinder... Was? Die ehemalige Kinderstars. Die ehemaligen Kinderstars? Der Sodapoppers-TV-Show richten in der ganzen Gegend Verwüstung an. Aber dies ist keine gewöhnliche Geschichte von Kinderstars auf der schiefen Bahn. Hinter den verblüffenden Possen der Poppers verbirgt... ...wirkt sich eine düstere Kraft. Nur mit ihrem Verstand und einem Haufen schwerer Haushaltsgegenstände ausgerüstet, liegt es an Sam und Max, die Lage zu retten. Na klar, auf geht's. Gut, deutsche, gut, deutsch. Ja, ja. Ich hoffe, ich muss nicht so laut machen. Dann sind die Lörds nämlich auch wieder so laut. Ich würde sagen, es ist doch nicht mehr so leise. Ich würde sagen, es ist doch nicht so laut. Das ist ein cooles Intro gewesen. Episode 1, Culture Shock. Man könnte auch Culture Shock sagen. Hör auf, so vieles, Bobblehead. Wann werden wir noch ein anderes Fall bekommen, Sam? Wahrscheinlich müssen die lokalen Verbrecher unseres esoterischen Brandes von personalisierten Kriminalität verlieren. Patience ist ein starkes Räscher zu spüren, little buddy. Okay, nicht schreien diese Zeit. Ah, ich habe es! Ich habe es! Hallo? Leave Swiss Cheese bei der Rat Hole oder du wirst never sehen, dein Precious Phone alive wieder. Gemini Christmas Eve in eine Padlocked Sweatbox. Some misguidedly ballsy felons nappte unsere Phone. Eerie. Ich habe gerade cheese shopping. Wie sie wissen? Oh, be sure it's Swiss Cheese, right? And be quick about it. Ordinaryly I hate yielding to extortion, but I have to admit I'm half charmed by the sheer spunk of that oily little perp. Where'd you put the cheese, Max? Gosh, it was hours ago. You know I have the memory of a dry trout. Sadly, yes I do. Well, it's gotta be somewhere in this room. Bitte was? Du hast Hellblade angefangen. Und wie gefällt's dir bisher? Jetzt bleib doch mal da stehen, Junge. Was ist denn X? Eine Riesenwumme. Um ihn zu benutzen. Oh Gott. Ich habe nicht versucht zu schießen. Habe ich nicht. Habe ich wirklich nicht. Ich schwöre, habe ich nicht. Ich habe es nicht gesehen. Das war zu schnell. Hä? Hatte ich gezeichnet? Das ist nicht süß. Wo ist der Käse? Oh, maybe it was the governor calling about my plan to secede from the union. Bestimmt. Does that feel drafty in here to you? Hey, you're the one with clothes on. Touché. Let's get to work. I couldn't agree more. Was schreit der mich eigentlich immer so an? Das ist eine Schranktür. Das sieht aus wie eine Haustür. Oh. Oh, there it is. What? Ähm. Gut, ähm. Wir haben ein bisschen, also. Wir haben ein bisschen Käse. Niemand hat uns mehr Messungen Aber wenn die kühl ist, dann lass uns doch die Heizung anstellen. Ernsthaft? Der Wasserspender ist ein Aquarium? Hallo, Mr. Spatula. Wie ist das Wetter da? Das war, glaube ich, irgendwie schwerhörig. Unfortunately, this is not Swiss cheese. So what? So, the rat was very specific about wanting Swiss cheese in particular. What? 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 Was hat der? What? What? Was? Ich habe, ich schwöre, ich habe nichts gedrückt. Machst du das nochmal, weil ich einfach hingehe? Someone once told me that the contents of a lava lamp make an excellent hand cream. That was me. Which is why I haven't tried it. Ich würde es auch nicht versuchen. 20 years worth of electric bells take up a surprising amount of space. Kann ich seine Post stehlen? Kann ich ihn einfach... Komm. Gut, ich lasse es mal. Ein eigener Nummer. Ja, aber das ist doch lustig. Wahrscheinlich kriege ich Twitter-Benachrichtigungen. Ich habe das BCR auf dem Supermarkt gekauft. So, du weißt, es ist ein guter. Es schmeckt trotzdem wie Asparagus, doch. Spargel, Schmargel. Das könnte in Hande kommen. Nicht das wieder. Ja. Ja, Haseboxen. I'd rather punch other things. I'd rather punch other things. Warum? I'd rather punch other things. I'd rather punch other things. Nein, du sollst. Hat der ernsthaft einen Pömpel als Stuhlbein? Okay. Hello, Mr. Spatula. Nein, da wollte ich nicht... Na. Warum hängt da ein Galgen? Hä? 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 Warte mal, was? Where's the rest of the news collection, Max? It's a surprise. Hello, Mr. Spatula. Warum hängt das da? Okay. Ich bin... Irritiert. Kann ich einfach rausgehen? Ich habe keinen Bock mehr. Wee! We'd really better not leave until we've taken care of this Swiss-Cheese-Ransom-The-Fone-Deal. Schweizer-Käse-Ransom-The-Fone-Deal. 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 Also, gehe ich schon da. Na, da wollte ich nicht hin. Jetzt... Man... Max... Max... Max sitzt. Der Sam kommt jetzt. Wee! Wee! Sie sagen, Graffiti ist die Poetrie unserer Zeit. Just what we need. More lame Poetrie. Ich war's nicht. Ähm... Schade. Aber ich kann auch nicht wo alles anders angucken. Hab ich den gerade aus... So. Was mir ist... Mir ist irgendwie philosophisch zu mir. Habt ihr ever wonder, was Leben wäre, wenn wir Bugs wären? Sure, das hoffe ich. Although ich wollte immer mehr Arme haben. Ich habe Kopfschmerzen. Bitte was? Was bist denn du für ein Kackhase? Kann ich einfach... Obwohl, warte, kann ich Löcher in den Scheiß Käse schießen? Achso. Moment. Ander wird ja nicht mehr laufen. Jetzt geh aus dem Weg. Kommt jetzt hier im Jahr. So. Schieße jetzt Löcher. Take that, you law-breaking dairy-Produkte. Sam, nein! Der Käse war innochen. Nö. Cool. Voila. Swiss Cheese. Oder close enough to fool the casual observer anyway. Don't say voila. Also falls ihr mal Schweizer Käse braucht, ich löse euch. Das ist also da... Keine Sorge. Greetings. The members of the benevolent Brotherhood of Vermin would like to thank you for your offering. The members of Sam and Max would like their phone back now. If you don't mind. I regret to inform you the situation has changed. And I am unable to comply with your request. A list of additional demands for the return of the phone is as follows. Thank you. Now let's discuss this calmly. Let's debone the smarmy little skis and see if the phone's in there. I ain't talking, Coppers. Jimmy Tooteet ain't no rat. Uh, well, I ain't talking. Um... I'm about ready to wring your scrawny, trash-eating neck. You think you're scary? You don't know where his hands have been. Or when I last washed them. Who cares? I'm a rat, remember? Hey, dogface. Your partner's giving me a headache. Uh... You mentioned a headache. Would you like some aspirin? Oh, and while I'm at it, is there anything else I can do to make you comfortable? Are you thirsty, perhaps? Light's too bright? Well, that's sporting of you. Now you mention it, I really don't like being up here so high. I got me a thing about heights. They make me nervous, you know? Oh, really? Don't like heights, eh? How'd you like it if I dangled your greasy hide out the window? Hey, you wouldn't. Wait! I warn you, I'm known for my fuzzy white butterfingers. It's true. You should see him trying to tie an ascot. All right, all right! Have mercy! I've had mercy. It was unpleasantly gooey, like, well, like things that have fallen onto pavement from a great height. I give up! Take your phone and let me go! Get off! I don't know if it is. Ah, for the love of it. I wish I could unsee that. Hello. Yes? Great gouts of steaming magma on a beeline for the orphanage. We're on our way. Yay! Ow! Oops. Where's the rat? I let him go. Who was on the phone? It was a commissioner, Max. Multiple reports of malfeasance in the neighborhood. Oh, joy! That's my second favorite feasance! Idiot. We've got to get down to the corner store right away. Oops, silly. Ich war's nicht. Ähm, du? It feels good to be back in the old saddle, doesn't it? You've been watching too many John-Ford-Movies again. Let's go beat up some thugs. Ich wollte eigentlich fragen, was denn mit der Ratte passiert ist. Let's get to work. Ich konnte nicht mehr agree more. Wo sind wir gehen, Sam? Let's go cruise for lawbreakers, Max. Goody! Was? Willst du oben in die E-Soto zu fahren? Ähm, warum mach ich das? Take the wheel, little buddy. With pleasure. Please accept my condolences for your taillight. Hä, warum? Sam 1, taillight 0. Warum? Wenn man's kann... Okay, okay. So, jetzt schneller. Warum mach ich das? Jetzt anhalten, sagt er sein Rücklicht. Wäre schön, ja. Sonntagsfahrer! Wuhu! Ich verstehe immer noch nicht, warum ich das jetzt hier mache, aber... Okay, kann ich einen von der Straße drängen? Moment. Nein, kann ich nicht. Okay. Stotzt einfach nur dran. Gut, dann, ähm... War cool! Die Ämpel war übrigens rot. Ja, wie jeder andere auch, aber hey. One way. One way? One way, dead end. Street signs are such fitting metaphors for the human condition. Remind me to refill your prescription. One way or another. I'm gonna find her. I'm gonna get her, get her, get her. So. Was machst du da? Brilli. Brilli. Wow, an actual celebrity vandalizing our neighborhood. This is great! Boy, you sure were a famous oddly underdeveloped teen celebrity at one time. I'm still famous. Are you? Ähm, like a million point one times more famous than you. Well, we're really more known in the 18- to 34-year-old repeat criminal demographic. Ich bin drüber hinaus. Äh, drunter, meine ich natürlich. Say, how about an autograph for my pal? You can sign my butt! Make it out to squinky! I don't sign butts anymore. People get ticklish and they move and it gets all messed up. I'll risk it. Sorry, I can't stop painting. This has to be perfect. Ach, dein Schwachsinn, schön, ich liebe es. What was that catchphrase you used to say on your show? It was like, you messed me up or something like that. Huh, you made me mess up. What you just did, thanks a lot. Oh, yeah. So, Specs, what are you up to these days? Any new projects? Yes, I have a new light in my life and his name is Brady Culture. He's the genius behind the eyeball ocular fitness program. You really should try one of his videos. Klar, also Augen-Fitness, da sehe ich mich. Okay, er sagt dann was gleiche. Eibow is the truly visionary ocular fitness program. Try the video today. Where can I find a copy of the video? They carry him over at Bosco's. You should get it. Tschüss. Sounds fascinating. But enough about that. You can never get enough of Brady Culture's Eibow. Didn't I see you on an episode of Celebrity Slap Fight? I was desperate. I was heavy into three ring binders at the time and I needed the money. You got your clock cleaned by that lady from old and in the way. Never saw that walker coming. Well, that's nice. Ähm. Hä? Ist es unübersichtlich, was? Most days we don't find zealist celebrities defacing public property on our very own block. Okay, das ist ein Untermenü, okay. Tell me something about that trendy modern street art, you're perpetrating. What about it? Puh, ähm. Vandalismus ist illegal, du Vandale. Are you aware that Vandalism is illegal? And worse, unoriginal. We like to punish people who do it, who aren't us. How could this be Vandalism? Everyone loves Brady Culture. Warum malst du? Do you live to paint or do you paint to live? I don't know why I do it. I just have to paint. Did you take lessons to learn how to do that? No, it just came to me one morning. This morning in fact. Oh, Moment, hör. Du stimmkissler, mhm. Is the paint supposed to go outside the lines like that? What? No, where? I'm just pulling your dwarfish leg, my friend. Don't do that. Max, is that a fly in the paint there? What? No, where? Just kidding again. And people wonder why I need therapy. Warum geht nicht nochmal, das ist aber blöd. Und danke, Dominic, für die Werbung für die VODs, ne? Ja, das haben wir schon, danke. Ich würde gerne versuchen, ein friertes Ecke. Sounds fascinating. But enough about that. You can never get enough of Brady Culture's eyeball. Is this art or is it advertising? I, I, I'm not. Is there really any difference? Good point, little buddy. Well, we'll leave you to it. But you have to agree to paint me next. Sorry, I only paint Brady Culture. Max, you've got the TV schedule memorized. Want the soda poppers going to be featured on one of those grim celebrity tellalls today? Oh yeah, on channel 173, the child star expose network, which we only get when it's convenient. Was? Hallo? It says they bread a horse with eight legs. Does it run twice as fast? No, but it does eat twice as much. Hä, da stand Huwe, also du hast gesagt, er isst mehr. So. Da wollte ich rein. Have no fear, simple citizens. The freelance police are here to keep the peace. Violently, if possible, you called? It's just you two? Where's the SWAT team? Where's the National Guard? Where's NASA? NASA? Hold on, Bosco. What's the problem? What's the problem? It's a terrorist. A munchkin terrorist. He'll be the death of us all. Where is this Lilliputian agitator? Are you blind? He's right there. Hey, it's another one of the soda poppers. Isn't he the one with the bladder control issues? Yeah, Whizzer. He's a former child star? Poe, just lock him up and throw away the jail. One of us needs to take a couple dozen elephant tranquilizers and call it a day. And you should take a few yourself. How can I be calm with a munchkin terrorist in my store? Irgendwie, ich sehe langsam, ähm... Parallelen zwischen den Spielen, die wir spielen. Wie war das mit Beruhigungsmitteln für Elefanten und so? Hm. Exactly, what is the nature of Whizzer's malfeasance? He's delivering videos I didn't even order. Brady Kulture's Eyebow? What is that? Oh, it's something bad. I can tell you that. Videos. And look at that display. It's subversive. And hideous. I don't know any white guy with a throw like that. I hear that. Dieses Tz-Tz ist echt hart. Können wir einfach gehen? Der, der, der ist aggressiv mit seinen S-Lauden. Any idea why a freakish relic of the 70s would unload videos in your store? Think about it. No individual acting alone would ever deliver videos of his own volition. Hm. It makes no sense. I smell... a conspiracy. I think you're just catching the hot weenies in an updraft. No, it's definitely a conspiracy. What sort of malevolent forces would conspire to burden you with unwanted videocassettes? Oh, they've all got it in for me. The government, the media, the mafia, aliens, sentier computers, my mother, Niels Bohr, Switzerland, head lice, lint, pastrami, hairspray, sel- Stop right there! Hairspray had no part in this. Oh, sure. That's what you'd like to believe. Have you actually witnessed this Aibo video with your own eyes? Only a fool would watch a strange video. You watch it. Apropos Samara. Any other heinous terrorist activities to report? Yes. He keeps using my bathroom. Who knows what he's doing in there? I think I know. So, we've got an unwanted video dumper and serial leak taker. Not even the National Guard can help us now. So, all this wizard character's doing is delivering videos. And abusing his bathroom privileges. That's it? Did he steal any of your overpriced merchandise or at least try to disembowel you with a sharpened spork? No way! I've got BTADS. The single most technologically advanced security system ever conceived by the human mind. BTADS? Is that one of those acronym things I've been hearing so much about? Yep. Bosco Tech Automated Defense System. I made it myself. Wow, I always wanted to automate my defense. How does it work? Well, just pull a weapon. You'll see. Or try to walk out of here with something. Go ahead. I dare you. Maybe we will. Die brauchen wirklich einen Deesser? Was du da nochmal? Nein, 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 das reicht, danke. Okay, anything else? Äh. Ehhhhh Talon? Was? Aymara? Ja. Ja. Was ist Marabou? Gibstern. Ich will ihn. Ich will ihn. Ich will ihn. Ich will ihn. Das wird 10,000 Dollar. 10,000 Dollar? Wir müssen ein Millionen Tickets geben. Oder einen wirklich großen. Du meinst? White-collar-Crime Drive. Wo corporatische Kriminale gehen, um in ihren verletzten Gänsen zu gewinnen. Nachdem wir diesen Popsicle-Stand blicken, können wir uns auf einen von diesen starchen Sesspilen und ihn, wo es am meisten tut. Genau in dem Pocketbook. Das ist nicht, was ich dachte, du würdest sagen. Aber das ist auch gut. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, die 10,000 haben wir nicht. Glückwunsch, Tobi. Und danke, Waffelsturm durch. Waffelsturm durch, gibt aus. Was? Was? Hallo, Brügg. Was? Und dann nicht. Wieder vor Galicia. Also ganz ehrlich, ich habe mehr Angst vor dir. Sag mal. Was ist mit diesem Spiel los? Hallo, Struli. Ich kenne mich Whizzer. Und so do meine Enemies und viele Leute wie dich, die ich nie kennengelernt habe. Jeder kenne mich Whizzer. Das ist mein Leben, Brick. Hey, alle lieben unsere Show. Meine Cousin's Wife, Dentist, liebte deine Show. Oh, ja. Wir haben immer ein großer Hitschicht mit den Dentisten. Gee, ich frage mich warum. Hey, Kinder, guzzle Soda wie die Soda Poppers, und du brauchst so viel expensive dental-arbeit, du kannst dich in der Schule gebeten. Max, dein unbeutelte Cynicism ist wie ein Brot von fresh air auf einem kreisenden Subway. Das war ein Kompliment. Bist du ein bisschen wie deine Fernsehpersönlichkeit. Wir sind alle genau eins zu eins so. Bist du etwas wie der Charakter, den du auf dem TV-Show spielst? Ja! Wie, musst du wirklich den John alle fünf Minuten aufhören? Manchmal alle drei Minuten. Das ist wie eine Super-Power. Und die bringt dir was? Ja, sing mal bitte. Any chance we could get you to sing the song from your old show? Yeah, the theme song. What was it called? It was called more than jerks. But I can't sing it. I'm too embarrassed. Was more than jerks? Also die Übersetzung finde ich teilweise ein bisschen fragwürdig. Come on, sing the soda popper theme song. No, I don't think so. Doch, mach jetzt. What will it take to get you to sing that song? We'll be your best friends. No. No. Are you sure you won't sing the soda popper song? I won't gnaw your leg off if you do it. No. Come on, sing the soda popper song. Pretty please. No. No. Come on, sing the soda popper song. Ugly please. No. Ugly please. Oh. Come on, sing the soda popper song. I promise not to sing along. No. No. Come on, sing the soda popper song. No. How about an autograph for my pal, Max? Love it. You can write to Max. Thanks for saving my life that time in San Remo. Gee, I don't really have time. I've got a lot more videos to deliver. No time? Don't they give you bathroom breaks? Sure, but I don't sign autographs in there anymore. There was an incident. Hello, Motsevo. Hello, hello. Come on, sing the soda popper song. Well, okay. What? Little peepers, specks, and whizzers. Toiling up the soda works. Guzzling with tiny gizzards. Soda fountain special perks. Then they run like human blizzards. More than simple soda jerks. Soda poppers more than jerks. Wow, I feel all clam chattery inside. No. Sing that song again. No. No. Komm schon. Sing that song again. No. Spiel das gleiche Lied nochmal. Sing that song again. No. Ich glaube, er will nicht. Didn't I see you on a TV commercial a while back? Yeah, what was it? Bowl cleanser, adult diapers, erectile dysfunction? All three. Wow. Du bist also Wahnsinn. Well, that's nice. What is? Weiß ich nicht. What exactly are you doing here? Delivering videos. Take one. They're free. What's the story with these videos? Brady Culture's Eyebow is the ocular fitness regimen for people on the go. Who exactly is this Brady Culture fellow supposed to be? And what kind of steroids does he use on his hair? Brady Culture is a genius. And his Eyebow program is a boon to all mankind. Ooh, a boon. Why do people use that word more often? And did you know he was the star of culture's clubhouse in 1970? Fascinating. It's a child star bonanza. What can you tell me about Eyebow? Eyebow is a revolutionary new program of isometric exercises to promote ocular fitness. You can learn to move objects with your eyes. Even see-through walls and clothing. What if I don't wear clothing? You gotta watch this tape. It changed my life. I think this video is not bad. Don't these things usually have celebrity endorsements? What am I? Chopped liver? Oh right. Sorry. Did Bosco actually order this many videos? How should I know? And did I mention they're free? What, you just deliver them whether people order them or not? The word must be spread. Eyebow is the path to enlightenment. And ocular fitness. Hmm. Well, that's nice. What is? Jesus always says, well, that's nice. You break the law. Are you aware that you're breaking the law? Come on guys. There's no law against giving away free stuff. There's no law against giving away free stuff. Unlawful deliveries are punishable under section 9 article 7 title 11 of the personal private public professional conduct penal code. You made that up. True. But we could write him up for littering, trespassing, and disturbing the peas. I have to deliver these videos. Boy, what a monotonoid. Can we arrest him now? In a minute, little buddy. Ooby. Put your hands on your head. You're under arrest. Oh, come on. It's a free country. Whoa, whoa, whoa. Who told you that? This guy suffering from some pretty severe delusions. Well, those are nice. Nein, aber der könnte einfach sagen, okay. Pff. Weil, Entschuldigung, der Typ ist nicht nice. Seriously now. You're under arrest. Come on. You don't have to make a federal case out of it. No, we don't have to. We want to. Richtig. Auf geht's. Seriously now. You're under arrest. Come on. You don't have to make a... No, we don't have... If you'll excuse us, we've got shopping to do. Take a copy of the iBow video while you're at it. It will change your life. Na klar. Auf jeden Fall. Wo ist ein Video? Hallo, Shadow Kingwins. Free videos? Don't mind if I do. Brady Kulture's iBow for ocular fitness. The revolutionary isometric exercise. What's so revolutionary about it? See through walls and clothing. Roll your eyes at lightning speed. Lose five pounds of eyeball fat. Oh good. I can never seem to lose that last five pounds. What do you say we start office movie night a little early today? I'll bring the caramel coated sugar logs. Der nervt mich. Hau ab. Wärtsauce. 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 frostBrien is arme. Das ist auch noch schnell. Das ist auch noch viel fröh. An Might Basis. Ketchup, Mustard & Okay... Wärtsauce. Wie wärtsauce. 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 Ich glaube es ist die Pücke der Verbrennung, die diesen Kaffee besonders ausriesvoll macht. Ich nehme meinen Kaffee-Grün, wie meine Männer. Was? Grüne Männer? Marsmännchen? Sludge. Mit 100% all-natural-sludge. Diese Woche's flavors? Wheatgrass und Meatloaf. Entschuldigung, was das... Ja, nee, alles ist voll gut. Max, ich habe eine gute Idee, das dich betrifft, ein Mikrowave und 6 feet von Aluminium-Foil. Ja! Geh'n! Vielleicht noch eine andere Mal. Nein, jetzt? Max, I've got a great idea involved. Go on! Schade. Hallo, Stien. Hallihallo. Aber da ist Eis drin. Wieso komme ich da nicht hin? Bitte was? Bosco used the fluid sample, I submitted. I hope not. Bitte was? Nein, nein. I wonder if... I hope not. Geh' doch nicht einfach den ganzen Weg wieder zurück. Ich wollte hier lang gehen, aber da darf ich nicht lang. Geh' halt zum Käse. Oh man, die Übersetzer machen alles kaputt. Dankeschön, Blurik, dankeschön. Man, inconvenience, man convenience store und inconvenience... Man, die Übersetzer ist scheiße. Warte mal. Wurde euch nicht erst euer Telefon gestohlen? Warte mal. Wurde euch nicht erst euer Telefon gestohlen? Man, die Übersetzer machen, kann nicht sogar ein kleines Bladderboi über hier stoppen. Es war designed, um Menschen zu halten, aus der Verkaufung aus der Verkaufung zu halten. Nicht aus, aus der Verkaufung zu bringen. Oh, richtig. Ein rarer Case of reverse Shoplifting. Shopdropping? Ja, ich glaube so. Ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir haben es. Okay, was noch etwas anderes? Muss ich erst noch spielen? See you later, Bosco. Remember, we never had this conversation. Natürlich. What conversation? The conversation we just had. Wow. No, see, he was just acting like he'd already forgotten the conversation. What conversation? Oh, brother. Hat er nicht gesagt, ich soll versuchen, die Waffen rauszuziehen? Wo sind Waffen? Ich würde sie gern versuchen. Tschüss. Oh, oh. Time out for number one. Looks like you opened his floodgates. I hope he enjoys it as much as I did. Hallo, Orsin. Wow. Also, Spanisch kann sie wirklich nicht. Dankeschön, Orsin, für die 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Meine Hose. Mein Inventar. Das habe ich schon wieder vergessen. Danke. Ich brauche einen neuen Skull, aber sonst habe ich keine Probleme. Bosco ist eine schulfreie Zone. Schulfreie? Ich finde schon, dass er das verdient hat. Kann ich den kleinen Jungen punchen? Arschloch. Man, ja, ich will hier raus. Spezial. Buy one, get one. What a deal. Wow. Boah, krass. Können wir alles davon kaufen? Oh. Oh, did you see that? Oh, yeah. Attention shoppers. The cheese ain't free. Sam, are you dead? Yeah. No one steals from Bosco. Das war mir eigentlich, was ich ausprobieren wollte. Aber gut am bezahlenen Käse halt. Hey Bosco, what do you need? We want to buy something. Ah, what you got your eye on? Okay, Mac, we want this cheese. Okay, standard cheese background check. I'll need to see at least six forms of ID, a valid federal cheese license, a completed Oregon donor card, a written release signed in the presence of a notary public, and your school report cards from the 9th through 12th grades. Okay, behalten Käse. That's pretty inconvenient. It's okay, Sam. I can be brave. We'll just have to struggle cheeselessly onward. Do you have any weasels on a stick? Nope. Okay, fängt wirklich. Nothing for us right now. Okay. Ich mag eh kein Käse. Tschüss, ich hasse dich. Thanks, Bosco. Sleep with two eyes open. Muss jetzt echt den Käse zurücklegen. Nah. Nope. Uh-uh. Warum denn nicht? Nein, danke. Nein, Kacke. Mann, ich will hier weg. Ich schmeiß den Käse einfach. Nein, kann zu tun. Ist nicht. Nein, danke. Ich bringe heute mein Lunch. Darf ich jetzt? Nee, ne? Sehen wir, wie ich nicht ein Todeswirk habe, hätte ich besser den Cheese verloren. Ja, wie denn? Ich wollte doch da drauflegen. Also. Let's just return the Cheese to its table. Okay. Ich fühle mich, ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Ich bin ehrlich. Paprika mag ich übrigens auch nicht. Können wir jetzt den Film angucken? Hey, Specs. By the way, we're freelance police and you're under arrest. No, I've really got to finish this. But thanks anyway. Um. Excuse us. We've got important things to do. Don't we all? So. Wir gehen jetzt Film gucken. Chad, wir machen Watch Party. Na, ich will da rein. Die Steuerung ist komisch. Paprika ist aber besser als Plastik. Wow. Wow, Dominik. Hallo, Lady. Hallihallo. So. Movie Night. Also, Day. Aber hey. Wenn ich jetzt... Ganz ehrlich, ich glaube, mit Maus ist es einfacher. Okay, Max. Ready for that ocular workout? No, stop! We don't have any popcorn. Sweet alligator dentures soaking in formaldehyde. That was close. Quick, before it starts. Hello, I'm Brady Culture. You may remember me from Culture's Clubhouse. The massive worldwide television hit that ran for six episodes in 1970. What you are about to see will change your life forever. So watch closely. Now, listen up, you tasteless Philistines. You love me. You adore me. You want to name all your children after me. I love you. I adore you. I want to name all my children after you. Sam, look. Ocular Fitness, my eye. That videotape hypnotized Jimmy Two-Teeth. I think I like him better this way. We've got to find this Brady Culture and stop him before he hypnotizes every consumer of cheap self-help videos. Oh, can I have his hair when we're done? Only if you keep it on a leash. Joa, also ich würde sagen, alles gut mit dem, oder? Bob Ross, der irgendeinem lasst. Ja, ein bisschen für mich auch. Wow, Waffelstuhl. Hey, hey Jimmy, nee, wie heißt er? Hey, hey du. Kann ich noch einen Käse nehmen? Hä, du wolltest gerade noch einen Käse kaufen, unbedingt. So. So. Wo finden wir denn den Bradley? Herr Bradley. Hey, du, wo ist denn dein Freund, äh, dein Dingsbums? Warte, verborgener was? Verbor... ach, verbogen. Entschuldigung. Jetzt bin ich so aus der Höhe. Ähm. Let's talk some more about your, uh, artwork. What about it? Gut, gar nichts mehr ist, für an Kuntzen für 10 Minuten. Aber du musst mich auf, ich schaufe. Sorry. Lovely weather, wir haben, ist es? So balmy und sulfurous. It makes me want to feed expired food products to stray animals and homeless people. Head like a watermelon and a heart to match. That's my pal. Do you remember when they filmed Corkscrew Psychopath 3 here? That was a film? Boy, that explains a lot. I think I stepped in part of the city. Hopefully it was one of the parts that was dead already. Let's get cracking. Yeah! Ich sage nichts. Hey, Spex. Ähm. Seriously, you're under arrest. Come along quietly and no one gets hurt. Actually, I prefer that you don't come quietly. Must. Finish. Painting. Seriously, you're under arrest. Come along quietly and no one gets hurt. Actually, I prefer that you don't come quietly. Must. Ja, ja. Ähm. They say fame changes a person. Ich brauche Bradleys Adresse. What are you up to these days? Any new projects? Yes. I have a new light in my life. Ach, Brady. Bradley, sorry. He's the genius behind the Ibo ocular fitness program. You really should try one of his videos. Ja, was haben wir doch jetzt schon? Ich verstehe nicht, wann die Dialoge wiederkommen. Ja, ja, ja. Ja, ja, tschüss. Kann ich ihn einfach erschießen? Ich will ihn einfach erschießen. Oder umboxen. Dann erschießen. Dann erschießen. Gott, der nervt mich. Brilly mögen wir nicht. Nee, nee. Können wir nicht irgendwas im Weg stellen? Ja, tschüss. Ich habe selbst eine Brille gerade auf der Nase. Können wir ihn festkleben? Ew. Das Problem ist, ich glaube, der Koffeinrausch kommt nicht von Kaffee, sondern von den Cola-Dosen, die sie trinken. Oh, da steht sogar der Tränen-Gras, genau. Gar nichts, danke. Do you have any two-handed broadswords? Nope. Nothing for us right now. Okay. Okay. Ich fahre jetzt mal wieder drauf rein. Wee! Ja, hau ab. Kaffeemaschine. Aber das ist doch nicht, was sie trinken. Trinken nur einmal Dorn. Warum denn? Ich glaube, es ist die Tinge von Grün, das macht diesen Kaffee besonders interessanter. Ich nehme meinen Kaffee Grün, wie meine Männer. Ich verstehe jetzt mal. Ich verstehe jetzt mal. Tschüss. Obwohl, warte mal. Können wir vielleicht trotzdem nochmal? Man, ihr sollt mir sagen, wie ich den finde. Hier fände ich auch ein bisschen blöd. Das kaufe ich trotzdem nicht. Ich habe sie irgendwie oben auf den Suchen. Oh, lasst mich das sehen. Äh, hier vorne war es Max, aber gut, dann halt nicht. Wie kriege ich den langsam? Kugelwurst. Jedes Mal ein Euro verlust niemals. Komm ich hier eigentlich weiter? Wahrscheinlich nicht, ne? Hm. Aber wirklich mit Maus ist es um einiges einfacher. Ist die Müllcontainer entschieden? Ich bin verwirrt. Ja, ja. Raumzeit bedünnt. Okay, wir brauchen irgendwas. Um den einzuschläfern. Mondbild, oh, das Bild von mir. Ich stimme eine Anspielung auf irgendein Spiel, ne? Es wird ein Teil. Wenn ich leider noch nicht. Ich bin einfach mit der Rezeption, hier. Put es zurück, Sam. Put es zurück. Da, das hat es geschafft. Ich bin einfach. Ich bin einfach. Auf dieser Woche edition von Oh, ist er noch alive? Wir schauen uns die starse der 1970s television hit, die Soda Poppers. Ich liebe die Soda Poppers. Ich liebe die Soda Poppers. Die Soda Poppers. Die Soda Poppers. Die Soda Poppers. Ha! Das war gerade spannend. Jetzt lass mal weiter gucken. Who could ever forget Whizzer and his hilarious bathroom breaks? His Time Out for Number One adorned lunchboxes all over the nation for the better part of the 70s. Behind the scenes, though, Whizzer's bladder problems were no laughing matter. The writers learned early on never to give Whizzer the only existing copy of the script. On the set, they even had a term for a script that needed to be redone. It's been Whizzed. Oh, that Whizzer. He just charred my little pants off from day one. You don't even wear pants. Sure, not anymore. Four years after the soda poppers went off the air, Whizzer desperately fought his addiction to designer bottled water. A war he would ultimately lose. The problem came to a climax one evening during a formal dinner at a posh Manhattan restaurant. Visibly loaded with water, Whizzer publicly was unable to hold it in. Unable to hold it in all over the floor, most of the tablecloth, and even, ironically, the four-foot-tall ice sculpture of himself created specifically for the occasion. Coming up next, the soda popper known for a really big part of his anatomy. It's a 10-minute man. Audiences all over the world fell in love with Peepers and his cute big eyes. On the set, though, Peepers was not quite so beloved. While his high-pitched voice was a hit with audiences, it reportedly drove a number of his co-workers to alcoholism. Eventually, the show's director stopped bringing Peepers back in to loop-missing dialogue, getting the needed lines simply by scraping his fingernails over a chalkboard. I never noticed a difference. Even after the show left the airwaves, Peepers' I Can See You warmed the hearts of all who heard it. All that is, except apparently the students of Our Lady of Butter Toast Girls' School. Peepers' tenure as the gym teacher for the prestigious Catholic school came to an abrupt end when his familiar catchphrase was taken the wrong way in the girls' locker room. And, coming up next, the child star who never was. Few, if any, remember the show that the soda poppers replaced. Culture's Clubhouse, hailed as television for the sophisticated 6-8-year-old, fell victim. to the soda popper juggernaut, and was quickly scrapped. Its young star, Brady Culture, struggled to find work and acceptance in the wake of the show's cancellation. Unable to find another role, Brady dabbled in every religion, creed, and belief system he could find. Buddhism, Judaism, pointillism, Scientology, horse-metology, nerf-metology, prism-metology, and even stink-metology. But what ultimately became of Brady Culture? No one knows. Brady Culture is being lifted from Obscurity by his former rivals? I think this qualifies as a baffling mystery, Sam. You may be right. Coming up next, we'll repeat everything you've just heard. Wiederholt und rein Spaß. Gucken wir nicht mehr. Verkehrstote Kalendars. 2002 was a great year for calendars. I'm glad we stocked up. We've been going through them at a rate of about one a year since then. Verkehrstote Kalendars. Okay. Okay. Klar, also... Wuchernde Vegetation. I think Hubert could use some water, Max. I'm training him to fetch it himself. Hubert? Last month's Donuts. Don't throw that out. I'm saving it for a science experiment. You bet, little buddy. Und was genau willst du da machen? No dice. Kleine Sorgen. Bestimmt schön. Good old Lou. Who's Lou again? A bowling ball, of course. Warum habe ich jetzt... Nein, okay. When I got this thing, I thought it would... Where else would we... Ah, yes. I remember that case. Particularly gruesome. Oh, nein. Da darf ich nicht lesen. Der spoilert mir bestimmt die Point-and-Click-Adventure. Wir haben jetzt eine Bowling-Gugel. Toll, die... Weiß... Gut. Kann ich die einfach auf den Kopf hauen? Ich würde die gerne nehmen. Und ihn ausknocken. Also, ich wollte eigentlich auf Brilli, aber hey. Hier. Nah. Wie nah? Ne ruhige Kugel... Stimmt. Ich wollte ne ruhige Kugel schieben. Jetzt hab ich sie dabei. Easy. Hallo. Hi. Ich nehm den Käse. Discounted Cheese is nigh impossible to pass up. Das ist das einzige, was ich im Laden mitnehmen kann. Wie kann ich den Käse in seine Dings schmuggeln? Hey. Das ist meine Box. Oh, mein Fehler. Ich verabschiede oft andere Menschen's Videoboxen für meine Shopping-Card. Er macht es. Die Kugel, die von Bosco's Terror verabschiedet. Hey, Wizard. Hi. Es ist immer nur das Gleiche. Wenn Sie uns entschuldigen, haben wir eine Shopping zu tun. Geh eine Kopie des AIBO-Videos, während Sie es sind. Es wird deine Leben verändern. Wir haben eine. Danke. Oh, Spaß. Oh, oh. Das war Nummer 2. Das ist aber schon schnell, ne? Was ist das? Was ist das? Oh, das war's. Oh. 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 Ich meine, warte, mein weibler Plan wird geflüchtet. Gut, dass ich die anderen zwei Twerpen habe, um es zu behandeln. Mwahahahaha! Äh, das ist noch nicht richtig. Mwahahahaha! Äh... Hey, würdest du ihn da einfach verlassen? Äh... Eigentlich ja. Also ich will ihn nicht haben. Ich will ihn nicht aufwachen. Ich will ihn aufwachen. Oh! Entschuldigung! Hab's vergessen! Also gut, dass wir härter im Leben sind als er. Ähm, wie wär's mit Boxen? Kein Sinn, einen Mann zu kicken, wenn er unten ist. Seit wann? Kein Sinn, einen Mann zu kicken, wenn er unten ist. Seit wann? Ja, eigentlich schon. Bosco, du wolltest doch, dass er aufhört. Hey, Bosco. Hey, you just gonna leave him there? Äh... You know, we did put the kibosh on that whole terrorist operation, so... How about some free stuff? Is that why you did this? For free stuff? Was this all a part of the plot? Yes, a labyrinthine scheme in which we paid off a former child star to deliver videos to your store just so that we could knock him out via your own security system and claim an undeserved reward. So, you admit it! Conspiracy-humor may be lost on this crowd. Thanks, Bosco. Weißt du dann alles? Weißt du dann alles? Was ist aus dem Weg schaffen? Wo ist überhaupt seine Kiste? Ich will seine Kiste zurückhaben. Der hat mir gefallen. Mehr hab ich halt auch einfach nicht. Mülltonne? No thanks. I brought my lunch today. Ich dachte eigentlich, ihn da reinstecken. Hey, dein Freund! Also... Ich hab deinen Freund ausge... Gut. Tschüss. Wir haben alle Dinge zu tun. Nichts? Aber... Der will aber auch verprügelt werden, ne? Kann ich dir jetzt einfach bitte... Caffeine rush! Aber ich stand hinter dir. Er sieht immer alles, was kommt. Du hast mich immer messen. Du hast mich immer messen. Du hast mich immer messen. Kann ich irgendwas auf seine Brille schmieren? Hab ich Ketchup. Soße! Aber dann... Der wird ja auch rausweichen, ne? No thanks, I brought my lunch today. Das wollte ich auch gar nicht anklicken. Ich wollte eigentlich, dass du da lang gehst. Ja, ja. Wie deine Männer. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Wieso ist hier alles zugebunden? Ich weiß. Ich weiß. Oh. Ich weiß. Ketchup. Mustard. Und... Purplestuff. As vaguely referred to on TV. Sludgies. With 100% all-natural sludge. This week's flavors? Wheatgrass and Meatloaf. Meatloaf. And I would do anything for love. But I won't do that. Tongues placed on Freezer become property of Bosco. What? I got quite a few tongues that way. What? Gut. Ähm. Wie krieg ich den dann da... Ich hab halt gar nix. Ein Handschuh. Kann ich die Soßen boxen? Ich will jetzt die Soßen boxen. Ich boxe jetzt alles. I think that would taste better plain actually. Ganz soft. Ich muss das jetzt jedes Mal tun. I'd rather punch other things. I'd rather punch other things. I have no need to subject that to intense heat and radiation. Wie erst mit der Bowlingkugel. I have no need to subject that to intense heat and radiation. Ich will alles umboxen. I'd rather punch other things. Nein du punch alles. Kann ich einfach Bosco punchen? Let me show you something. Don't come any closer. Schade. Ey ich hab ne Bowlingkugel möchtest du die haben? Let me show you something. Don't come any closer. Dann halt nicht. Gott. Das nimmt die No-Littering-Policy zu weit. Das nimmt die No-Littering-Policy zu weit. Ein Unboxing auf jeden Fall. Aber wie sollen die noch wegräumen? Die Kölzer hast du bei Aetna. Dann zählt der Kapokmann nicht so viel. Das nimmt mich zurück in meine Kindheit. Nicht so viele tatsächlich. Alle. Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube aber es waren nicht so viele. Hallo. 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 Ähm. Hä? Ach da. Pfff. Was mach ich denn mit ihm? Ich will nicht ihn aufwachen. Ja das ist gut aber... Weißt du wenn du ihn nicht aufwachen willst dann kannst du halt auch einfach noch mal draufhauen und dass er liegen bleibt. Kein Sinn zu kicken wenn er unten ist. Seit wann? Oh hör auf mit einem in der Achse zu pupsen das macht man nicht. Das macht man nicht. Oh. Oh. One ist literally mehr als genug. Ich weißt es. Ich komme nicht darauf klar, dass ich mit WASD laufe. Oh... Oh... Oh. Aber dann kann ich Strolli da rein schicken? Nein. Geht auch aus Klo. Die kann ich ja eh nichts anfassen. Okay, wir gucken jetzt noch mal. Entschuldigung, ich war zu langsam. Feuerhydrant. Kaugummi. Ist hier irgendwas? Kann ich das schlagen? Komm, lass mich das schlagen. Warum? Das ist Brady. Dann erschießt sich Brady eben. Ja gut, dann halt nicht. Ich habe hoffentlich schon unendliche Munition. Nein, ihn. Okay, dann halt nicht. Hey, eine Knole Spraypain. Und es ist nicht sogar leer. Es ist nicht nur Spraypain. Es ist eine Möglichkeit. Ich will nicht in einem Schadenbeweg in meinem guten Soap. Das habe ich sehr schön. Ja, finde ich auch. Hey, hey, hey. Hey, hey. You messed it up. Oh, now I've got to fix it, Krainfree. Kaffeein rush. He always sees us coming. You made me mess up. You made me mess up. Ähm, oh Gott, ich hasse ihn. Gibt es hier irgendwo? Oh Gott, Rasenmäher. Oh, ich wäre eigentlich Landwirtschaftssimulator dran gewesen. Lustig, ja? Kann ich mein Auto schlagen? Ich hasse mein Auto. Ist ein Lefty. Warte, stopp. Wer ist Lefty? Was ist eigentlich mit seinem Auge immer das Trend auf der einen Seite? Kann ich den einfach überfahren jetzt? Man, der nervt mich. Der soll einfach abhauen. Ich hasse ihn. Was passiert? Ich weiß. Kann ich einfach das Auto ansprühen? Ich dachte, ich könnte da Arschgesichts-Auge machen. Ich glaube, er hat einen Punkt verloren. Boops Boops Erstmal den Hasen wegschlagen. Und jetzt? Er wird für ein gutes Zeit raus. Aus Prinzip. Der Markt ist krach. Aus Prinzip wird jetzt alles angespringen. Kann ich ihn anspringen? Kein Sinn, einen Mann zu kicken, wenn er unten ist. Ich wollte noch gar nicht kicken, ich wollte ihn anmalen. Alles wird gesprüht. Äh, gesprüht. Ich gehe halt noch langsamer. Keine Penis, mein Tier, weißt du. Ah, miau. Okay, den noch. Gab's noch einen? Ne, ne? Das war der letzte. Graffiti-Typ. Ist das Mini-Maus als Teufel? Wieso kann ich den denn nicht? Wieso kann ich den denn nicht? Was ist meine Beine? Ach, Strulli. Und ich will nicht ihn anwenden. Ähm. Ihn besprühen? Was ist eigentlich Glubschi? Ich habe keine Ahnung, wo Glubschi ist. Ich dachte, der kommt, wenn wir beide ausgenockt haben. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, Glubschi kommt einfach nicht. Er ist Glubschi. Bosco ist Glubschi. Wie sieht man sich? Er hat zu große Augen können auch irgendwie Schwierigkeiten beim Sehen. Hä, warum ist das? Warum ist das wieder sauber? Wie weit können wir denn laufen? Nicht weiter. Hm. Also wir können, glaube ich, nur bis dahin. Zumindest konnte ich es nicht weiter. Ach, in den Laden kann ich rein? Ich habe den gesehen, aber ich dachte nicht, dass ich da rein könnte. Okay. Wie jetzt Psychotherapie? Oh, auf geht's. Das brauchen wir alle. Chat, wir gehen zur Psychotherapie. Hallo. Da ist auch Glubschi. Was? Was? Pandemic? Was? Ich brauche Psychoanalyse wegen der Pandemic. Können wir bitte nicht zur Pandemic gehen. Wir gehen wieder, Chat. Psychoanalysiere mich. Na ja, sagen wir mal so. Also auf Steam ist das Release-Datum irgendwie der 12. Dezember 2020. Also passt schon. Psychotherapeutin. Psychotherapeutin. Oh. Was? Was? Tattoo for you? Na komm, Psychoanalysiere mich. Wie geht's mit einer Analyse? Natürlich. Tell me was was bothering you. Every time I watch television I want to shoot something. That's quite normal. But you might want to try Brady Culture's iBo video. It's very soothing compared to regular television. iBo? Yes, my runny poached egg like eyes could use a workout. You won't regret it. What's iBo exactly? iBo. It's called iBo. It's a system of ocular exercises. So you can do push-ups with your eyes? Sort of. Just watch the video. Who's this lady culture person? Brady! Brady Culture! He's only the most insightful and amazing man of the planet. That's all. It's not Sean Penn? Not anymore. I'm so disillusioned. Have you got a copy of this cockamamie video? I'm all out. But they probably still got a truckload or two over at Bosco's. Enough said. Tschüss. Excuse me for a minute, would you? Sure! I've got half a mind to stretch out for a little bit. I think you have to stretch the whole thing or it rips. You've baffled me sometimes, Max. Can we shut the door open? Thank God! I've been locked in that closet so long, I was starting to invent life stories for the mothballs. I've got to sit down. Oh my God! He's still here? Call a cop! You're in luck, ma'am. Sam and Max. We're freelance police. Sybil pandemic. Licensed psychotherapist. Nice to know you. Arrest that lunatic immediately! But he's my pal. You were friends with that overgrown sociopathic child? Oh, sorry. I thought you meant this overgrown sociopathic child. I thought psychotherapists didn't use words like lunatic. Really? Does it say that in the handbook? The psychotherapist's handbook? Or the lunatic's handbook? There's a difference? What's the charge? Assault! Kidnapping! Identity theft! Those are good charges. Some of my favorites! And what about Mopery? He locked me in the closet and he's been pretending he's me! Gadzooks? Why? Well, these cases can be very complicated and delicate. There may be repressed feelings of inadequate transference or latent unwarranted hypochondriac Freudianism. Come again? He's a complete whack job. Although actually, now that I look closely, I think he's been hypnotized. What? The scogeks? The scogeks? The scogeks? Yeah, that's what I said. How can you tell? He looks so normal and lifelike. I'm a licensed psychotherapist. It takes a professional eye. Can we borrow your eye? We'll bring it back. Ja gib mal dein Auge. Okay klar. Ich kann dich sehen. Wow, wo ist er? Hey, da ist er. Du hast einen leistungs-psychotherapist? Wie können Sie das? Das kommt natürlich, ich glaube. Das sieht so komfortabel. Oh, es ist. Wie würdest du wissen? Du hast keine Tattoo. Nichts? Ich glaube, diese sind wir ganz ehrlich. Können wir den einfach tätowieren lassen? Impressive credentials. Thank you! Hey, those are mine. I'm Symbol Pandemic. Oh, of course you are, dear. Of course. Nice sign. Denk positiv. Ah, die Tiki. Hold over from the days when you could sell all kinds of cheap crap without a successful children's television show. Envious? A little. Tiger-Uhr. Tiger-Uhr. It's getting late. Hey Sam, if it's always getting later and later, then how come it's early sometimes? That's one of the great mysteries, little buddy. Richtige Frage. Kann ich ihm irgendwas ins Auge spritzen? Das ist doch irgendein Desinfektionszeug. Desinfektionszeug in die Augen. Dann sieht er auch nicht, dass ich was mache. Newtons Klikklacks. Can I play with that? No. He drives people crazy. Who? Me. Hold all my calls, please. Hey, keep away from my intercom. Ah, the Tiki. Envious? A little. Der mit seinen Tikis. Schlimmer als Sherlock mit seinen Maya-Tempeln. Ah, Taxidermy. Die Taten sind echt nicht die Kitsche des Lebens. Und vice versa. Du bist ein unfathomable Well of something, Max. Nice Kaktus. Saguaro? Vinyl. Hey, wenn du das in Inke schrappst, kannst du 30 Tattoos auf einmal. Pfff. Wenn ich 30 Kunden auf einmal schrappere, würde ich noch im Tattoo-Business sein. Touché. Mein Stream-Konzept, dass ich, dass ich euch Schmerz bereite. Ich glaub, es hackt. Schokomatik. Ich will den Schokomatik haben, bitte. Okay. Okay. Also. Kann ich hier Sprühfarben in die Augen? Ich habe die strangeste Urge, um ihn zu verdekorieren. Fight it, Sam! Fight it! Kann ich ihn da schießen? Ich kann dich sehen! Please stop doing that! Das ist der gute Schmerz. Das ist der gute Schmerz. Wiss ihr, ihr seid schon ein bisschen... Was passiert? Okay. Don't shoot! I'm a therapist. Just kidding. Haha! Ich habe einen Witz gemacht! War der nicht lustig? Max hat fast einen Finger in einem Fan wie das einmal. Ja, aber es war nicht mein eigener Finger. Eine Frage. Haben die nicht gesagt? Also jetzt mal nur so rein theoretisch, ne? Und relax. Relax. Haben nicht... Also da ist ich... Da diesen Tränengas, ne? Ich meine, glubsch Augen mit Tränengas sind doch eine gute Kombination, ne? Haben die nicht gesagt? Wenn man verkehrt... Ja! Let's go cruise for Lawbreakers, Max. Goodie! Dass man den reichen Geld abspacken kann. Und die da treffen kann, wo es am meisten weh tut. Nämlich im Geldbeutel. Die Frage... Sind wir da, wo es teuer wird? Wenn wir jetzt den da... Den da anschießen. Ich könnte das all den Tag machen. Ja, ja, ich auch. Bitte akzeptiere meine Schulden für... Und jetzt sagen... Boah. Ich sag kurz. Drehzöre? Bitte was, Dominic? Was ist das Fein für ein broken Taillight? Warum? Ist das nicht 10.000 Dollar? Was? Bist du verrückt? Oh. Einen Moment. Lass mich mit meinem legalen Kassel konferen. Mein Arztur hat mir geholfen, dass ich das Fein bezahlt habe. Jetzt, wenn du uns entschuldigst, haben wir ein paar Accounting zu tun. Danke, Sucker! Ach, Kennzeichen. Ach so. Ach so. Ich dachte gerade, du habe es einfach auf der Tastatur ausgerutscht. Kann ich das nochmal machen? Also ich meine, ich habe ein bisschen Geld, aber mehr Geld ist immer besser, ne? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Kann ich das noch machen? Wie ist das denn? heard greetings anonymous Motorist if you're planning to bribe us now would be the appropriate time what's the charge your taillights busted but you're the ones who broke it your point being my iPad by sentence you to life in prison for a broken taillight report to the nearest correctional facility it's your earliest convenience wo ist mein geld richtig warum einkaufen und zweiter blöd vielleicht geben das geld erst aus und holen dann neu das liegt so viel müll auf der straße rum schlimm kann dann mal jemand sauber machen ich muss mir meine jacke anziehen ist kalt geworden so anzahlung für mehr geld danke locker danke für das mehr geld dankeschön für die unabhängig er mich hätte bitte gern den tränengas granatwerfer also ich will was kaufen we get really cool all right here you go one two gas grenade launcher this is a salad shooter filled with onions but it works trust me trust me now put that away before someone gets hurt what do you mean wow the ten thousand just cover the cost of materials you know oh i'm sure it's okay everybody i'm all right also sagen wir mal so das spiel bisschen dumm ist das spiel bisschen dumm ist es so schmeißen wir ihm zwiebeln in die augen ich hätte ich hätte auch einfach zwiebeln kaufen können oder essig essig in die augen tut bestimmt auch weh max harts lächeln ja das auch so einfühlsam ne also guck mal wenn du zwiebeln auf den augen hast dann kann ich doch auch einfach danach ja yes uh the other civil what is that don't worry this won't hurt a bit but it will make you cry schnauze please sam allow me nein ich will this is going to hurt us a lot more than it's going to hurt you just kidding it'll definitely hurt you more was schon besser das was schon besser das mwahaha Nice work, you two. Now, I can try to bring him out of his hypnotic state. Take control of your mind. I don't think he can hear you. Sure he can. He's unconscious, not dead. Minor detail. Destroy the intruder in your dreams. Regain control. What? Hey, what am I doing here? What's going on? Sybil? My name's not Sybil, it's Peepers. Oh, yes, it is. Are you okay? How do you feel? I've got a bit of a headache. I had the weirdest dream. And there was someone unusual in your dream, wasn't there? Yes, Brady Culture was there. He kept telling me to do stuff. Aha. I knew it. That fiend hypnotized you to do his unspeakable bidding. Peepers, what's the last thing you can remember? I remember checking in at Brady Culture's home for former child stars. He has his own nut house? Wow, we gotta meet this guy. Where can we find this home for former child stars? Oh, it's very secret. No one must ever find it. Think of the scandal. But we need to find it so we can stop the madness. In a manner of speaking. I want to help, but I just can't remember where it is. Oh. But my brothers might. They went with me. Hey, I didn't do anything really embarrassing, did I? Nothing a simple exorcism can fix. Oh, dear. Aber schnell ist er trotzdem noch. Hallo, sie bin. Hey, Sam. Thanks for taking care of that wacko. I wish there was some way I could repay you. Have you got 10 grand? I'm new at this. I have a lot of student loans. Great! Loan is a student. I can ride it around like a pony. It's nice to see you show such enthusiasm. Security. Max might like a tattoo. Oh, yeah. I want a map of the Netherlands on my Netherlands. I get the cold shivers just thinking about remembering hearing you say that. I'm out of the tattoo business anyway. I'm a licensed psychotherapist. Can you fix cars? Ours sometimes makes a noise like an orangutan with the dry heaves. Um, that's my fault. I've been keeping an orangutan in the trunk. Oh, never mind. That's an orangutan? I'm not much of a mechanic anyway. Except with unicycles. I suppose you could psychoanalyze me. Hey, yeah. I could count your marbles for you. I have a license, you know. Will this be painful? Only if we do it right. Now, there are a couple things we can try. We could look at some inkblots. We could try some free association. I could interpret your dreams for you. Chat, glaubt ihr, sie hat eine Lizenz? Orangutan. How do inkblots work? And can we make them ourselves? It's easy. I just show you some pictures and you tell me what you see. Your responses can reveal things like obsessions or obsessions. Take a look at this and tell me what you see. Pennies auf den Augen eines toten Miemen. Ein paar Ochsenboxen in einem Ruderboot. Die Susan Lookie mit einem Emmy Award. Das letzte Mal, als Max fahren durfte. Hä? Das eindeutig ein sechsarmiges Alien. Die Resultate der letzten Mal, die ich Max fahren lasse. Okay. Jetzt, wie geht's das? Das St. Valentine's Day Massacre. Und das? Ein zweimal überfahrenes Eichhörnchen. Die mottenzerfressende Geldbörse meines Onkels Louis. Codierte Liebesbrüche von Außerirdischen. Ein Autogramm in Blindenschrift. Zweimal überfahrenes Eichhörnchen. Da kenne ich mich aus, seit To The Moon, ne? Ein Squirrel, der überrascht wurde. Zweifel. Jetzt diesen. Was ziehst du? Elefanten in der New Yorker Börse. Ein johlender Haufen schlachsiger Albinos. Der Auspuffkrümmer von einem Brotlaster. 20 Nonnen mit Maschinengewehren. Eichhörnchen von Albinos. Und dieser? Der helle Fleck, den ein Blitz in deinen Augen verursacht. Ein Orang-Utan flieht aus dem Kofferraum eines DeSotos. Äh, ein Krieg zwischen zwei Gruppen abstrakter Formen. Eine Kundenkarte läuft durch einen Aktenschredder. Auf jeden Fall der Orang-Utan. Ein Orang-Utan, der versucht, aus dem Kofferraum eines DeSoto zu entfernen. Sie sind ziemlich fokussiert auf Autos. Aber es ist wahrscheinlich nichts, was zu bemerken. Danke, Doc. Also, ja, also Autos, also da bin ich schon, also, wow. Immer. Tumbleweed würde ich gerne spielen. Was soll ich jetzt machen? Word to the wise. Never put your tongue on a cactus. Or vice versa. Trigger word causes strange culinary impulses. Possible organic malaise fixation. Now try this one. Crown. Ah, the Tiki. Hold over from the days, when you could sell all kinds of cheap crap without a successful children's television show. Subject displays symptoms of ironic nostalgia complex. Cone. Oh, Gott, hab ich mich erschreckt. Der Hase. What do you think of this free association stuff, Max? Seems like a crock of weak tea to me, Sam. Hmm. Dialogue with imaginary friend. Very interesting. Hey, I'm not imaginary. If you say so. Well, this has been illuminating. What's the verdict? I'll let you know after years of insanely expensive treatment. Anything to support small local businesses. We can always sell organs on the black market to raise the cash. Just so they're not ours, little buddy. Lafolt kann man nicht. Traumdeutung. Can you really learn anything from my grotesque, nonsensical dreams? Oh, absolutely. They reveal your subconscious. It's like peeling an onion. Yau. Now just relax and try to remember your dream. Okay, here it goes. My dreams always start in the office. But this time, things were different. Mmh, yes, I can picture it. Tell me what happened. Also. Nee, das kann ich nicht angucken. Okay. Ähm. Ich hab da hart gespielt. I noticed something odd on the dartboard. Oh, something you're shooting for. What was your target? Eine Toilettenbürste. It was a beautiful picture of a toiletbrush. Mmh. Freud warned of this. Tell me, Sam. Do you take pleasure in moving your own bowels? I take pleasure in moving others. Also ganz ehrlich, wenn ich wirklich dringend aus Klo muss und danach, wenn ich dann nicht mehr Bauchschmerzen hab, dann bin ich schon glücklich dadurch. Das kann man schon so sagen. I noticed something peculiar in the water cooler. Ah, the water cooler. A source of refreshment. What was in it? Eine Ratsch. There was a grubby little rat floating in there. You subconsciously find rats refreshing? Well, I guess that explains why you moved into this neighborhood. Hanging on the coat rack was a necktie in the shape of a noose. Oh my. Sam, I'm not sure how to put this, but I think you may need a therapist. Oh wait. I forgot I am one. Cool. Das hilft aber. Der beschnürt. Hä, der Käse ist nicht im Schrank. Max, Bosco, du, ich. Du. Ja, bestimmt. Of course. The feelings of trust, of safety. Besides, I figure the old hag's got to be in there somewhere. That's Psychotherapy 101. Insightful. Tell me, in your dream, was I doing anything queer? You did say something pretty queer. You ungrateful pup. I went through three weeks of labor for you. Wow, it is your mother. I was right, as I usually am. Have I realized there was someone else in the room with me? Oh, who was your special guest? Vielleicht lieber doch Max. Ah, yes, your imaginary friend. Max ist nicht eigenbundig. Excuse me, I'm standing right next to you, lady. In your dream, was Max doing anything unusual? Well, he was saying the Pledge of Allegiance to the tune of Camptown races. I pledge allegiance to my gun, du-da, du-da. Lass dich schmecken, Dominic. Ein Hotdog. Weenie in a Rathole. Okay, Entschuldigung. Der Käse fährt. Kein Käse. Lotterielose. I noticed a plaque above the closet bearing Jesse James' severed hand. Well, only in a dream, huh? Also, eigentlich hängt die da wirklich? Not a thing was on TV. Suggesting you feel television is an intellectual wasteland. Devoid of any and all worthwhile content. No, that can't be right. Uber. I noticed something strange growing on my plant. Yes, the plant represents a source of sustenance. What was on it? I had to gain a gift. I noticed something strange growing on my plant. Can I? A source of sustenance. The plant was... How sad. Nein, oops. I noticed some... A source. I had to gain a gift. A hefty sack of cash was in full flower. Oh, you think money grows on trees? You're dreaming. I prepared to leap out of the window. Oh, was that the end of your dream? Yeah. Yep, then I woke up screaming. I can see why. Okay, erzähl mal. Achso. Achso, du... Achso, achso. Achso, let's save the psychoanalysis for later. Hmm. Postponing responsibilities. Interesting. Also, ich find die ein bisschen unhöflich. Ich find die auch ein bisschen unsympathisch. Ähm. Ich möchte, dass sie sich entschuldigt und mir eine gescheite Psychoanalyse bietet. Die tut so, als hätte ich irgendwelche Probleme. Hab ich aber gar nicht. Was ist eigentlich mit dem Fuchs? Heißt, wir müssen jetzt die anderen Kinder wieder aufwecken? Brilli? Achso. Achso. Ähm. Take control of your mind. Is it working? I don't know. Destroy the intruder in your dreams. Snap out of it, you big baby. W-What's going on? Why is my outfit all wrinkled? He's back. Quick, act like a chicken. No. Tell us where we can find Brady Culture's home for former child stars. We've got to stop that fiend from hypnotizing anyone else. The home? It's 227-something. Wizard would remember the street. He always does the driving. Can you take us there? Are you kidding? I've got hours, hours of ironing to do. Well, that was helpful. 227. Come, Strulli. Ja, hi. Ich hab keine Lust auf dich. Strulli. Nicely done, Sam. You're a natural. W-Where am I? Who are you? Don't worry. We're freelance police. Police? Oh, no. Hey. Hey. He's getting away in that truck. Quick, follow that soda popper. Hurry, Sam. He's getting away. Gut, dass ich schon geübt hab. Wie viele Kästen hast du? Was so? Was? Sag mal! Das war gemein. Oh! Ah! Warte mal, man muss schießen! Take the wheel, little buddy. With pleasure! Oh! Ich musste schießen, sorry. Ja! Strulli, ne? Du kannst gar nicht so lange ohne Pipi machen. We just need to find the home where Brady Kulture keeps them. Oh, why didn't you say so? It's right over there, across the street. Jumping elephant fleas. How devilishly convenient. Thanks. Um, does anyone know where I can find a bathroom? Brady Kulture's home for former child services desk. Looks like a shifty character to me. Don't they all? Harry Maulwurf. Oh, Affe. Disturbing little monkey. Reminds me of a job I had once. You were a monkey? Essentially. What's the name? It says here they only treat patients with something called artificial personality disorder. Sounds tasty. What's in it? Apparently it's common in former child stars. Symptoms include, let's see, obsession with fame, violent reactions to dentistry and an unconscious desire to marry one's mother. For sooth. You don't even know what that means, do you? No, but it sounds all classically literate. An Nachbarn geht über die Ahnung, es würde sogar stimmen. This one's very locked. Okay, die Frage ist, muss ich jetzt zur Psychotante zurück? Locked. Probieren wir es mal. Wir gehen mal mit dem... I wonder if I should take this to a professional. Okay, gut. Jetzt hab ich die Antwort. Auf jeden Fall sollen wir zurück. APD. Where are we going, Sam? Back to the office. Auf geht's. Little lip. Oder DHL. Das würde erklären, warum mein PC so... ...schwierige Sachen widerfahren sind damals. Sher, Barry, lockt Lunalie, eins, hee, hee. Dankeschön, Lager, die 100 Bits, dankeschön. Sher, der, äh, Sher. Wer kennt sie nicht? Die gute alte Sher. Do you think I might have artificial personality disorder? Hmm, interesting. Symptoms include, uh, let's see, obsession with fame, violent reactions to dentistry and an unconscious desire to marry one's mother. Hey, I know! I could psychoanalyze you. Okay. Can we do some more inkblots? Those are entertaining. Sure. Let's take another look at your unseemly obsessions. Take a look at this and tell me what you see. Emmy Award. Susan Lucci holding an Emmy. I see. Now, how about this one? Basketbill. Fette Villa. Geldbörse. Auf jeden Fall Geldbörse. New Yorker Börse. Auf jeden Fall. Elephants at the New York Stock Exchange. And this one? Kofferraum. Gruppenabstack hervor. Kundenkarte? A debit card fed through a document shredder. Yes. Well, judging by these, you seem a little hung up on money, but I wouldn't call it an obsession. Thanks, Doc. Do you think I might have artificial personality disorder? Maybe. But people with APD are known for their obsession with fame. Wie werde ich denn mit fame obsessed? Those are entertaining. Sure. Let's take another look at your unseemly obsessions. Take a look at this and tell me what you see. Okay. Naja, Emmy Award ist schon fame. Susan Lucci holding an Emmy. I see. Now, how about this one? Also, ich war, Bande, Bakterien, Bulls, Basketbälle? Ich versteh's nicht. An SUV crashing into an opulent mansion. And this? Das war doch richtig, Joda, nicht? Hallo, Scorpion. Wovon? Ich höre ein kundierter Liebesautogramm. Vielleicht Autogramm. An autogramm, written in Braille. Now this one. What do you see? Elephants at the New York Stock Exchange. And this one? Helle Fleck, Orang U-Ton. Ach, den ein Blitz. Ach, Kamerablitz. Das blotchy-Thing, das ein Flashbulb zu deinen Augen macht. Du siehst ziemlich auf fame. Aber es ist wahrscheinlich nichts, was dich zu beschäftigen. Danke, Doc. Du denkst, ich könnte eine Artificial-Personalität-Disordnung haben? Vielleicht. Aber die Leute mit APD sind bekannt, for their obsession with fame. Okay. 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 Let's take another look at your unseemly obsessions. Take a look at this and tell me what you see. Okay. Emmy Award eindeutig. Susan Lucci holding an Emmy. I see. Now, how about this one? Vielleicht nicht ein SUV in eine fette Villa. Vielleicht ist das das Chinese Theater. Vielleicht, weil ich da berühmt werden möchte. Und das? Geldbörse ist eigentlich Geld. Ein Autogramm. Das ist ja auch eher Geld. Johlende Haufen schlackige Albino. Der Auswurf von einem Brotlaster. 20 Nunden Maschinen. Vielleicht sind das Fans, die jubeln. Ich meine Johlender Haufen, das sind meine Fans. Und das? Das blotzye Ding, das ein Flashbulb zu deinen Augen macht. Oh Gott, das ist ein Indikator der Artificial-Personalität-Disorderung. Ich hätte besser eine Note auf deinem Chart machen. Sehr interessant. Wir sollten dich für die anderen Symptome der APD testen. Was auch du sagst, Sawbones. Ich bin kein Sawbones, ich bin Psychotherapist. Tomato, tomato. Hey, I'm getting hungry. Äh, wie war das jetzt nochmal? Zahnarzt. Irgendwas mit Zahnarzt. Okay, wo gibt's Zähne? Kuh. Äh. Vielleicht der Fuchs, die Zähne. Ja, Bohrer passt zu Zähnen. Gibt's hier irgendwo Zähne? Tiger, Diplome, Tiki. Gibt's Zähne als Tattoo-Vorlage? Zahnarzt. Jetzt hör auf, mit deinen Achsen zu pupsen. Ich denke, der Stuhl kann sein. Kann ich in der Tattoo-Chair, während wir das machen? Ich erst! Trigger-Word induzt ungewöhnliche Zahnarzt für Tattoo in Subjekt. Mögliche Symptome der euphorischen Dyspepsie. Was ist Tepsi? Am ich zahnarzt? The jury's still out. Your reactions didn't tell me anything conclusive. Do you think I might have artificial personality disorder? Maybe. But people with APD are known for their violent reactions to dentistry. What, Radmutter? Spann dich. Who says I'm not relaxed? Oh, right. We're freely associated. Sorry. Fluoride. Spann dich. Schillernder Vogel. Hier. Fang an zu heulen, du nervst dich. Hey! Mordysplasie, klar. Was, Tupieren? Ventilator, auf jeden Fall. Max almost lost a finger in a fan like that once. Yeah, but it wasn't my own finger. Trigger-Word induces grisly memory in Subject. Possibility of Finfelter syndrome. Bit of ass... Well, this has been illuminating. Am I sane? The jury's still out. Your reactions didn't tell me anything conclusive. Do you think I might have artificial personality disorder? Maybe, but people with APD are known for their violent reactions to dentistry. Okay, good. Good. Let's try some more free association. That will tell us more about your unreason... Remember, I'll say words. Yeah. Use your gun! Ready? Ready is a rooster taking a bath in barbecue sauce. Interesting choice of words. How about pastiche? That's not a word, is it? Was is denn pastiche? Do you think this would work better if I lie down? Subject wishes to assume supine position. Trigger-Word apparently inducing sleepiness. Polish. Polieren ist aber was mit Zeilen, oder? Komm. Also ich finde jetzt... Also schießen finde ich ein bisschen übertrieben. Komm, der Boxhandschuh reicht. I feel strangely like punching something. Really? Hmm. Violent reaction to the word. Very interesting. Shampoo. Also bei Shampoo hört's auf. Es ist noch nicht Weihnachten. Ich muss noch nicht durchschießen. Wow, don't shoot! Violent reaction! Violent reaction! You should see him at Thanksgiving. Hmm. Violent reaction to the word. Very interesting. Well, this has been illuminating. Yes? Your reactions indicate that you're a generally violent person. I'm disturbed to hear that. Me too. I've always thought of you as a specifically violent person. Do you think I might have artificial personality disorder? Maybe. But people with APD are known for the violent reactions to the disease. Ich bin halt generell ein bisschen aggressiv, okay? Lass mich. Let's try it. That will tell us more about you. Remember, I'll say words and you just do or say whatever comes naturally. Use your gun! Ready? Yep. Credo. Yeah, yeah, immer. Ist das jetzt gewaltig genug? Oh, don't shoot! Violent reaction! Violent reaction! You should see him at Thanksgiving. Hmm. Violent reaction to the word. Very interesting. Tint. Just do or say whatever comes naturally. Can we look at some pictures? Subject shows preference for Inkplot-Tests while undergoing free association tests. Oh, skates! Oh, skates! Well, this has been illuminating. Yes? Your responses lead me to believe that you have an unusually violent reaction to dentistry. You should see him at the podiatrist's. It could be symptomatic of artificial personality disorder. I'd better mark this on your chart. You have two of the symptoms listed on this form. Am I deranged? I don't want to alarm you, but probably. Can I have your hat, when they commit you? Sure, a little buddy. Klar, immer. I'd like to tell you about another mundane, but strangely compelling dream I had. All right. Let's examine your disturbing subconscious desires a bit further. Nein, Sascha. Ich habe über dich die ganze Zeit gelästert und war damit nicht brav. I realized there was someone else in the room with me. Oh, who was your special guest? Also auf jeden Fall du. It was you. Ja. Hm. War meine Mutter. Kann ich jetzt gehen? Was that the end of your dream? Ja. Ja, that's it. Nur meine Mutter ging's. Do you think I might have artificial personality disorder? Maybe. But people with APD are known for their subconscious desire to marry their mothers. Gut, es reicht. Wie hauerte ich denn meine Mutter im Traum? Wie heirate ich sie? Also, ich brauche als erstes mal meine Mutter hier. I realized there was someone else in the room with me. Oh, who was your special guest? It was you. Genau, meine Mutter. Heiraten. Ich brauche einen Ring. I noticed something bizarre in the closet. Ah, something you ashamed of. What was it? Nichts. As a matter of fact, the closet was bare. Totally shameless then. Can't say I'm surprised. Die Hand vielleicht. I noticed a plaque above the closet bearing Jesse James' severed hand. Well, only in a dream, huh? Nee, da muss ich doch einen Ring dran stecken. Okay, ähm, Wasserspender. Was war da noch? I noticed something peculiar in the watercooler. A source of refreshment. What was it? Eine Ratte in Wummer, in Zeitung. Nichts. Actually, it was empty. Hmm. Nothing to refresh you, huh? Interesting. Hanging on the coat rack was a neck... Oh, my. Startscheibe. I noticed something... What was the target? Nichts. There was nothing on it, actually. Oh, nothing to shoot for, huh? I see, I see. I noticed something strange growing on my plant. A source of sustenance. What was on it? Geheld, Nadel, Limo, totes Blatt. Was zu trinken. Was zu trinken. Äh, I think you need a dietitian, not a therapist. Hä, jetzt lass mich doch mal einen Zucker trinken. Papierkorb. Nothing unusual there. Donutsch. I remembered that I'd just gotten something from the bakery. Oh, sounds like you and your special guests there were having a little celebration. What did you get? Ne Hochzeitsorte, auf jeden Fall. It was a wedding cake, ripe for the toppling. Wait a second. Wedding cake, your mother... You subconsciously want to marry your own mother. Well, this is a blow. This is a definite symptom of artificial personality disorder. Yes. I mean, I hope it's not serious. I'd better mark this on your chart. Wow, it must be artificial personality disorder. You've got all the signs. I bet I can get a paper out of this. Best ship me off to some sort of home for former child stars, then. I've signed this admissions form, but you'll have to arrange your own transportation. I'm about to be really busy publishing the details of your case. Since you're crazy, can I drive? Jumping vehicular homicide, no. Tschüss. Danke, ich bin... Ich bin bekloppt. Ich gehe mich da mal selbst einweisen, ne? Tschüssi. Where are we going, Sam? Back to Brady Kultures' home for former child stars. Oh, okay. Bradley will bestimmt auch seine Mutter heiraten. Hallo? Achso, Formular hier rein. Oh Gott, das habe ich jetzt erst gesehen. Moment. Formular hier rein. Ja, wir haben ein Klatsch erfährt. Wir haben gewonnen. Oh, ja, ja, ja. So. Komm schon, kleine Freundin. Es gibt Justus, die zu be serviert. Können wir Eischkrieg nachher bekommen? Justus macht mich hau. But Justus macht mich hau. Gartenarbeit? Okay, gut. Wir haben gewonnen. Einstellungstest in der Klapse bestanden. Richtig. Warum sind da Muscheln noch der Bühne? Das erinnert mich an dem Ort, wo Aunt Trudy lebt, mit dem Mediziner-Ruch, mit den Schrauben und den riesigen, mit dem enormen, mutigen Indien. Sieht so, wie ein Millionen lachen. Ja, meistens nach Medikation-Tem. Wo ist jeder? Wo ist jeder? Pulchritude above doubts. This is Kulture's Clubhouse. Jumping Lon Chaney in a Bothell Frightwig. Brady Kulture, I presume. You know who I am? Wow, evil plans really do work. Don't get too excited, Stretchpants. The Freelance Police are here. Yes, actually. I've been waiting for you. Really? Next time try leaving the front door open. Save us all some grief. That's doomed. Allow me to explain. Uh-oh. I think we just triggered a soliloquy. Good thing I have the attention span of a pint of yak butter. I never wanted much. Just to be universally loved, that's all. And to be number one in the TV ratings for the 1971 fall season. But nooo. Those worthless hacks, the soda puppies, with their matching shirts and their cute little jingles. They came on opposite me and stole my audience. I was never offered another role. And now you two vigilantes won't even let a poor down-on-his-luck actor mass hypnotized the entire viewing public to become his worshipful fans forever. How cruel. Is he ready? Is it over? I think so. So? Whoops. Since you've ruined the beautiful irony of having my arch-rivals run my promotional campaign, I'm afraid you'll just have to take their places. in your dreams, culture. No, my friends. In yours. Hey, that tickles. Become video delivery man. I thought video game developer. Schade. Genial. Wow. What? What's happening? Oh, no. Oh, no! What are you doing? I don't know. I... You were in on it all along. I told you it was a conspiracy. I told you. But then you already knew, didn't you? No, Bosco. I must deliver videos. Call the CIA. Call Interpol. Call Mickey Rooney. Must deliver Mickey Rooney videos. Okay. I believe we have played the game through. Too far. Oh, don't even try. Oh. I love that part. Er ist glücklich. Uh oh. Either I just walked into the Salvador Dali Memorial Wax Museum, or I'm dreaming. You love me. You adore me. Ich hasse Käse. Come. Video delivery man. Do my evil bidding and so forth. Wo ist meine Waffe? Didn't hurt. Hallo, ich will weiterschießen. Hier, komm runter. I don't want to pop him. Ach. Ich will den schon poppen. Hahaha. You can't shoot me. I'm incandescent. Hallo, Bruce Green. I think someone needs to turn the lights out on your career, Brady. What? No! Oh, that Brady culture. He turns the world off with his smile. Okay, um. Brady's stolen Max's body. Oh, and it feels good, too. I just love my new furry paws and cute little tail. Hey, don't touch my tail, you psychopathic body stealer. Oh, just let me at him. Die Frage ist, von woran hängt der da eigentlich? Don't worry, little buddy. I'll get you. Hurry, Sam. I've got an inch. I can't scratch. Da ist ein Riesengoldfisch. I will be number one in the ratings. Now. And thanks to Cable for all eat. Ich wollte... Och, ich kann ja nicht an. It's Brady culture on TV. Yes, right where I belong. Everyone watch me. Me. Kann ich denn vielleicht... Okay, kann ich den Fernseher erschießen? Irgendwas muss ich erschießen. Shooting TV stars only makes them stronger. Und der war ein bisschen hart. Es ist nur ein Traum, Sam. Für den Fahrradpumpen. Was ist das Ding? Sweet rodent-eating disorders. Also ich dachte, Platz. Was ist mit der Hand? Weird. I will be universal... Hey, Brady Cheese. What is it, fool? I'd like to introduce you to a little friend of mine. Snap. No, the cheese must stand alone. No! And another one bites the cheese. Another one bites the cheese. Strange. Wo kommt der denn her, der Raum? Wäre it coming from... Fromage? Kann ich den... Brady Culture has a nice ring to it, doesn't it? Nee, aber ich dachte, ich krieg hier die Dings, damit ich den darunter seilen kann. Enigmatic. Enigmatic. Ich kann es nicht zeigen, aber ich liebe dich, Sam. Jetzt gehen wir meine Fahrrad. Bitte, was? Was ist das hier? Hey, es ist los. Kann ich den schieben? Oder irgendwas zum Kleben. Kann ich den Donuts? Irgendwas zum Festhalten? Die Lava... Ich kann halt nicht mal irgendwas... Sag mal, warum ist das jetzt so schief hier? Nee, eigentlich nicht, danke. Luna Culture ist so viel langfristig. Let's get it pumpin' here. Kann ich jetzt die Hand mitnehmen? Nein? Warte, kann ich jetzt gucken? Hola. Gedal. Hola. Ich möchte was erschießen. Jetzt lass mich irgendwas erschießen. Dance, Puppet, dance. Der Wasserspender, Garderobe. Ich kann aber auch nichts nutzen. Kann ich den Wasserspender erschießen? Nein, danke. Nein. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich will nicht, Brady, wieder aufzunehmen. Warum nicht? Warte. Ach so. Ach so. Kann ich... Okay, kann ich von der Stelle, wo er landet, dann auf das Schild schießen? Yay! Ich bin gleich zurück, wo ich begonnen habe. Ja, ja, lass uns das nochmal machen. Klar, kann ich hier hingehen und jetzt einfach schießen. Komm zu Mami, äh, Papi, meine ich. Okay, gut. So einfach als gedacht. Äh, wo ist jetzt der Kopf? Ach so, ja, klar. Ja, klar. Äh, einfach erschießen. Oh, Mr. Culture, I have a surprise for you. Really? For me? Ihhh, klar. Nein! Oh, mein. Oh, das Geräusch. Ihhh. Oh, warum? Meine zehn Gebäude sind schon... Was? Danke, Sam. Ein bisschen streng, aber gut. Oh, ich habe gerade erinnert. Ich muss irgendwo sein. Bye, Max. Oh, das hat echt in den Ohren weh. Das war eklig. Das war ein bisschen ekelhaft, ne? Ich will trotzdem nochmal. Nur ich falle. Ach so, ja, das ist ja egal. Oh, die Kinder. Who needs this? Interessant. I may not show it much, but I love you, Sam. Now go wash my car. Warum? Es hat nur noch Bauch. I love my hair. And you do too. Ja, was soll ich denn mit deinen Haaren machen? Ey, warum zeigt er auf mich? Du sollst nicht auf mich zeigen. Kann ich dir da schießen? Es ist nur ein Traum, Sam. Kann ich den... Komm, gib mir die Hand. Ich hasse die Hand. Entschuldigung. Was ist denn mit dieser Kack Hand eigentlich los? Kann ich mich auch im Schrank verstecken? Nee, ne? Ne. Ich kann die Schranktür erschießen. Schade. Kann ich nicht einfach den Fernseher ausmachen? Ach klar. Oh, ich hab vergessen. Oh, ich hab vergessen, dass wir einen Kleiderbügel im Fernseher haben. Nein! Ich muss auf der ganzen Eternahe sein. Nein! Oh, ja. Das ist eine viel bessere Rezeption. Ich hab vergessen, dass wir einen Kleiderbügel im Fernseher haben. Oh, nein! Er ist awake. Wir sind fertig. Schau die gellische Histrionik, Bosco. Ich bin alles klar. Hmm. Ich war nur die Vizepräsidentin von der Garten-Variety-Video-Delivery-Hypnosis-Scheme. Okay, aber was ist denn mit deinem Co-Conspirator? Mein Co-Conspirator? Heilige Unterpanzer, drapte zu dem Mast eines sinkenden Porkrhein-Freiter. Das Hirsut-Eumaniac hat meinen kleinen Freund. Was ist das? Links, Händer nehmen die rechte Hand als Kackhahn. Bestimmt. Was ist mit einer Sonnenbrille? Wo ist eigentlich? Wo ist mein Zwiebelgerät? Mein Tränengas-Granatwerfer. Das meine ich natürlich. Warte, die Klone nähe. Genau. Erstmal was trinken. Hör auf, von Max zu reden. Das ist genau das, was Max mir vorgesehen hätte. Das macht mich Max missen, für einen unkönnen Grund. Hallo, Flutinata. Danke für die 20 Monate. Vielen Dank. Danke für ihn. Und einen wunderschönen guten Abend. Max, ist das du? Nein, ich beginne zu hallucinieren. Wir vermissen gerade unseren Freund. Max, bist du da drin? Es gibt keine Zeit für das. Ich habe Max geschehen. Das wird mir nicht helfen, Max geschehen. Ja, Waffensturm durch. Du weißt, wer das liebte? Max. Du weißt, du bist wirklich Max? Das ist genau das, was Max geschehen würde. Das macht mich Max missen, für einen unkönnen Grund. Makes mich missen, Max. Max, ist das du? Nein, ich beginne zu hallucinieren. Ach, Max. Ja, man sagt auch lustigere Sachen. Was können wir denn nehmen? Ja, hieß du jetzt? Was können wir denn nehmen, um unsere Augen zu schützen? Hat sie vielleicht was? Sam sucht noch jemanden in der Einbildung. Sie bilden, ne? Max weg. Natürlich. Natürlich. Nein. Also ich finde, ihre Argumentationsweise weist Lücken auf. Ich habe einen Weg gefunden, um ein hypnotisches Reis zu blockieren. Ich glaube nicht, dass du, wie ein Gehirnspecialist, nichts wissen würdest. Äh... Ich habe jeden Fall ein ordentliches Code von Ethical Conduct, natürlich. Aber du bist ein Polizist, ich denke, es ist okay, dass dir das Diagramm dir gegeben hat. Ich habe keine Ausgleichung des Engineering. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ich würde gerne helfen, aber Engineering ist einer der wenigen Fälle, die ich nicht versucht habe. Entschuldigung. Der Diagramm sieht hoch, aber es ist die einzige Chance, die ich gegen Kulturen Hypnothingamabobber habe. Ich brauche einen Kochtopf. Eigentlich sieht es aus wie ein Salatsieb. Und dann sieht es aus wie ein Mixer und dann sieht es aus wie ein Topf. Und ich brauche auf jeden Fall unsere coole Antenne. Haben wir hier irgendwo einen Topf? Max, ist das du? Nein, ich beginne zu hallucinieren. Max ist tot! Vielleicht kann ich das als Topf nehmen. Tiki? Max, bist du da drin? Ach Gott. Okay. Holen wir erstmal die Antenne. Mein Fernseher gucken müssen wir eh nicht mehr. Da läuft eh nur Scheiße. Los! Max wird es nicht gefallen, wenn er herauskommt, dass ich unsere Begründung verhörte. Ich muss ihm so schnell wie möglich erzählen. Pfff! Pfff! Können wir vielleicht... Können wir vielleicht Sam einfach streichen? Äh, 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 Max meine ich? Pfff! Abs. Entschuldigung. G wn? hết. irgendwie wir haben wir haben zwar alte pizza aber wir haben keinen topf vielleicht gibt uns was ist der Boss vor ein? was heißt er Boss vor oder? eine Art oder andere ich werde ein finder ich werde ein, 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 ein ein, ein was ist der Name? Boss Cop Boss Cop Hallo Boss Cop Bis dahin, Bosco! B-Bosco, guck mal! Ja, lustig, das hab ich schon. Hier, guck! Lass mich raten, dann 50.000? Gut. Okay, also. Kannst du ihn schon mal anziehen? Schau. Okay, auf geht's. Wir holen jetzt unser Hessen zurück. Darf ich's jetzt aufsetzen? Ja, 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 mach weg. Ach, jetzt siehst du... Boah, ich hasse dich. Ich hasse Sam. Hallo, Leon. Hande die Lagomorph-Kultur. Sam! Boy, am I glad to see you! Johann Sebastian here only knows how to play one song. What's this, a rerun? Didn't we just see the dog getting hypnotized episode? Hmph. Well, if you really want to watch it again... What? Another triumph for skanky ingenuity and ordinary kitchenware. Give it up, Kulture. Your quiche is cooked. Time out for the cavalry! You've colored outside the lines of the law, Brady-Kulture. We see you, and this time we are- Going to get hypnotized again. I'm sure you will remember the commands I taught you. So now, my foolish pawns, attack the dog! How? Ow...! Ich weiß nicht warum, aber ich... ähm... empfinde eine gewisse befriedigung das zu sehen limo lauser werdet werdet videos videotapes black wits nein ok 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 werdet brady culture brady culture do my evil bidding what nonsense attack the dog ok werde verehrt fährt mich guten abend ihr gute die hoffe es geht allen gut hallo mismus dankeschön für die drei monate vielen dank und einen wunderschönen guten abend dankeschön verehrt euch selbst schade verehrt die videos das sind deine videotapes mal gut werdet ich oh me 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 Also, ich adorbe politische Verwaltungen. Also, das ist das, Max. Einmal ein Buss für den Pastig-Ass von Crime. Vielen Dank, dass das ganze Hypnotisch-Mind-Control nicht mehr weitergeht. Das könnte das wirklich wunderschön sein. Es ist toll, dass du auf deinem Show bist, Myra. Ich bin ein großer Fan. Ich bin immer noch ein bisschen verstört. Ich bin immer noch ein bisschen verstört. Aber man muss zugeben, man muss zugeben, Musiks essen. Wie soll mich verstören? Das ist okay. Also da gab es schon schlimmere Sachen. Lungs und Lymphs? Ach so, Langs und Lymphs. Entschuldigung. Ich bin immer noch ein bisschen. Ich bin immer noch ein bisschen.